Musik Wo bin ich? Und was ist das für eine Couch? Geht es euch auch öfter so? Dann seid ihr vielleicht Couchsurfer. Umsonst schlafen in Paris, Potsdam oder Panama. Couchsurfing macht es möglich. Für alle Neulinge erklären wir euch, wie es geht. Alle anfangen ist schwer, aber mit unseren Tipps kommt auch ihr erfolgreich durchs Vorstellungsgespräch. Gut gesichert waren Sebastian, Lukas und Konrad in Saarbrückens Kletterhalle in der Mainzer Straße. Ein guter Indio-Tipp für alle Kletterfans und das wird da immer nicht so tolles. Am Mittwoch um 18.18 Uhr heißt es wieder auf die Couch und einschalten. Okay. 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 Cool. Ich habe jetzt Wongs Kletterger Ikke. Vielen Dank.